so willkommen bei malina und zu folge 2 von abiotik faktor mit stone heißt so hier haben wir alles mögliche drin alles nehmen alles derselben art lagern okay ja hier haben so dass du das kuh ja wir gehen am besten zurück wo wir die ganzen sachen liegen gelassen haben in diesem server raum eine sache habe ich allerdings habe ich gerade jetzt im offener geguckt wir haben erstens die ganzen rezepte jetzt freigeschaltet alle kurz im off wir brauchen auf jeden fall einige sachen stifter haben wir holzbohle aber glaube ich auch dann könnte man schild herstellen genau schild wäre noch mal ganz schlecht das ist tischbein hier ist holzbohle jetzt muss ich gucken holzbohle stifter und giga kleber hier kleber und stifte so kann ich jetzt das schild herstellen so schraubenzieher nicht aber schild okay warte mal wieder rein die ich jetzt auch mal rein so das schild das schild zum verteidigen oder muss ich das ne du hast du musst das er kommt dann ne geht nicht ich wusste nicht wie hast du uns schild gemacht wo man was aufschreibt das tat ja ich lese mal hier ändern des textes ja er ist zusammenpacken kann ich das jetzt irgendwo an der wand platzieren Sprinten? Ich bin jetzt... Ah, durch... Ey, geil, glaube ich, durch das, was du machst, kriegst du Erfahrungspunkte oder Fähigkeiten. Ich will das platzieren. Oh, please, Digga. Ach so, aber was mir Sorgen macht, ist auf jeden Fall hier auf dem letzten Bein stehen. Hier steht auf jeden Fall, du kannst von jemandem wiederbelebt werden, wenn du stirbst, versuch zu schlafen, um das zu beheben. Aber bisher habe ich noch nichts gesehen, wo wir schlafen können. Nee, wir sitzen und steht nicht so super. Furchtet nicht so super. Habe ich eigentlich noch Geld? Warte mal. Ich kaufe mir nochmal einen Snack und nochmal ein Getränk. Dossnaz. Okay. Mein Messer ist auch gleich kaputt. Stone, wo bist du? Hier oben. Du musst nach oben gehören. Wir müssen auch hier unten nochmal zu diesem Serverraum. Wo war der jetzt? Der war hier. Aber wurde schon wieder so ein Gegner. Ich habe keinen Netz momentan. Ich habe noch ein Netz. Oh, shit. Er ist tot. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Okay. Holzbüro, Stuhl, Tastatur. Ich habe hier kein Blut. Okay. Okay. Okay, ich habe alles mitgenommen. Aber den weiß ich nicht. Bist du das Blut noch mitzunehmen? Es ist radioaktiv. Komm, nee, lasse ich mal liegen. Okay. Oh, der lebt noch. Mit zwei Zähne im Mund. Ich lockte es in there. Along with everyone else. Ja, open it. We can't go this way. You don't want to. There must be another way out. Manufacturing. I don't, I don't, I can't remember. Du bist auch zu nicht zu gebrauchen. Stirb. Hä? Was ist das? Au? Au. Au. Es ist nachts und da ist der Strom weg. Da kommt was. Oh, oh. Ist irgendein Typ. Warte. Warte. Kollege, füttern? He won't eat that. Hier. Ich habe ihm einen Donut gegeben. Okay, Stone. Ich weiß nicht, wie creepy das ist, der Typ. Oh, oh, oh. No. 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 Okay, dann nicht lang, sagst du? Nee. Nee. Dann läuft es. Aber was ist das denn da? Boy, my tummy is growling today. Ey, wie viel will der noch mehr essen, oder wat? Deine Hand hinscht durch das Ding durch und es löscht sich auf. Äh, es löst sich auf. Da ist noch eins. Können wir ja? Ja, ja. Mein Messer ist aber gleich kaputt, ne? Aber nicht. Nice. Ich habe aber kein Netz mehr jetzt. All vacant perforations will be resetting in 3, 2, 1. Reset complete. All portal world resources have resetted. Okay. Ich habe hier auf jeden Fall nochmal mehr Geld. ein Tacker, Kochtopf, äh, Rüstungsständer, Schockfalle. Nice. Also ich lasse mal ein Dingsbuss hier. Ach, den Bürostuhl lasse ich auch erstmal hier. 90% Zerstörungswahrscheinlichkeit, ne? Hier, man muss niemals die... ...Dasschenlau benutze. Man setzt einfach den... ...setzt den... Oh, ich bin ziemlich hungrig. Boah, ich bin müde, mir ist kalt und so weiter. Ich weiß noch nicht, wo wir... ...wo wir pennen sollen. Jawoll. Okay, hier sind nochmal Stifte. Momentan ist voll. Scheiße. Dr. Derek Mance reporting. Research Director, Gate Cascade Research Facility. Originating in Antiverse 2, IS-171 ist eine Stationary, Sessile Entity ... das Trappt its Food mit einem Retractable Tentacle. Die Erfahrung zu werden, ... ist eher wie ein Attacker von einer Pizze. Es gibt keine Realität, ... aber es gibt einen Enduring, ...nachlich Unpläßend, ...zauber auf alles, was es bemerkt. Suggestions für mögliche Applikationen ... include Perfume, ...industriale Sents, ... und olfactory-based Crowd-Control-Weapons. Wow, die Stühle ist kaputt. Es geht nämlich... Plastik? Mein Imentar ist voll. Aber du hast Platz, ne? Oh! Das war geil. Ganze. Glas kann ich aufnehmen. Okay, du hast jetzt alle Plastikteile, ne? Ja. Oh, hier ist was zu trinken. Wasser. Oh, oh, warte mal. Wasser einmal trinken, glaube ich. Füll du auch einmal auf? Da ist mehr drin, da ist mehr drin auf jeden Fall. Oh, ist ganz voll. Nice. So, ich bin hydriert. Also, ich habe jetzt genug, äh... Ja, hier ist ein Schraubenzieher drin. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Hier ist nochmal so ein Licht. Was? Ja, jetzt... Was war was? Ja, jetzt... Das war die Nacht. Jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder... Zack und Strom ist wieder da. Genau. Okay, okay, okay. Äh... Okay. Wir haben einen Tisch. Holzbohle... Ist hier was runtergefallen? Ich weiß nicht, jetzt kommen wir erstmal zurück. Stone, was ist das? Hast du was gehört? Äh, das ist jetzt doch die Rohrwunde. Echt jetzt? Pass auf, lass uns erstmal zurück. Wir können jetzt auf jeden Fall nochmal eine Kiste bauen. Jo. Tischbein. Ey, komm, das möchte ich aber haben für unser Büro. Oh, ich bin zu schwer, Blan. Vielleicht können wir auf so einer zweisitzigen Couch ja auch pennen oder so. Das war auch meine Idee. Ja. Ey, Hölle. Hölle ist das hier. So, erstmal kommen wir jetzt hier, glaube ich ja... Wo ist der Zweisitzer? Ähm... Wem macht man das? Ich muss pennen. Ich muss pennen. Ich muss pennen. Ich muss pennen. Okay, ja, richtig schlafen gehen kann ich hier immer noch nicht oder so, ne? Ja. 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 Ach, ja, ich seh's gerade. Ich seh's gerade. Du fühlst dich etwas ausgeruht. Das ist doch, ich muss mir ausruhen. Dann gib mal Gas hier. Ist hier ein bisschen arbeiten, ne? Ich trinke noch mal ein bisschen Real-Life-Kaffee. Äh... Aber das sieht aus wie so, äh, hier Psychologe, ne? Hier die Couch, dann neben der Stuhl. Du konntest dich gleich auf die Couch legen, ich stelle dir da mal ein paar schlaue Fragen. Also... Ey, ich kann nicht, ne, ich glaub der macht aber müde nur bis zu einem gewissen Grad, äh... Ja, ja. Stehst du, sitzt du auch irgendwo? Ich hab hier noch ein... So? Ähm... Warte, ich will jetzt erstmal den, ähm, mobilen Herd. Dafür brauchen wir Winde, Plastikreste, Metallrohr. So, pass auf, warte mal. Ähm... Du kannst einmal irgendwas rausnehmen und einmal Plastikreste da reintun. Und ich muss jetzt aufs Kloster, ne? Oh, warum geht das nicht rein? Den nehmen wir raus. Guck mal, hätten wir jetzt habe ich noch zu viel davon die... Ach, guck mal, nach einem Tag, äh, wir spawnen hier auch das Wasser in dem, äh, in dem Ausguss. Also in dem... In dem Linksbums. Ah... Da... Kann ich die Tasse auffüllen? Ne. Ey, wer schreitet immer hier wie so... wie so ein Bolo. Ah, wir haben noch kein Leben... Hey! Ich hab ein Makeshift... ...bet. Kann ich machen. Ja, warte mal. Ja, hoffentlich. Geht das? Pick up. Use. Perhaps. There we go. So. Hier. Äh... 7. Ich hab nicht verstanden, was du gemacht hast. Da. Ach. I can feel my blood sugar falling. Inlegen. So, da brauchen wir eigentlich die andere Couch auch. Ah, guck mal, das Bett wurde als Wiedereinstiegspunkt eingestellt. Oh, ich... Ah, ich warte mal, das ist ein Minischiel, warte mal. Ich brauch noch zwei Holzbunker. Hast du noch? Äh, ich guck gleich mal, warte mal. Spring im Traum W. Warte mal. Ah, ist ein Minigame beim Schlafen. Ach, umso mehr geht die Sonne auf. Okay, ich glaub, jetzt bin ich komplett erholt. Yo. So. Holzbohle zweimal. Provisorisches Bett, Stofffetzen, Holzbohle und großes Sofa. Jetzt fehlt hier nur noch Holzdinger, oder was? Ja. Ich kann... Wir können... Wir können den, äh... Ding immer noch nicht machen. Metallrohr, Tastatur... Metallrohr haben wir doch aber, ne? Metallrohr haben wir. Aber Winde fehlt. Hast du noch eine Winde? Ne. Was muss man? Jump? Ah, okay. Oh, Keule. Hast Koro gemacht. Wandlicht, geil. Glasstücke, Technologie, Schrott, das haben wir doch. Hm, warte mal, ich tu das mal rein. Den Tacker mal rein. Irgendwie Glas und Technologie Schrott, hier. Okay. Aber ist die Frage, müssen wir das mit Strom verbinden? Ich denke, ja doch. Ne, 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 das brauche ich nicht. Hey, wo ist eigentlich mein... Club? Dann, warte. Was ist das denn? Ach, für eine Armbrust. Warte mal. Oh, nice. Kein Club? Er hat euch gemacht. Clou? Was ist das das? Oh, ne, wir haben kein Leben mehr. Doch, wir haben noch einen, Baby. Locher, Gummiball, Tischbein. Ja, ich glaube, das haben wir alles. Warte mal, Tischbein habe ich ja schon gehabt. Ja. Locher, Gummiball, okay, das haben wir auch. Ah, jetzt haben wir... Hä? Wo ist... Zeit dann? So, es geht los. Warte. Demonstart, Demonstart. Bleibe Wand. Metals Cups. Oh, mein Gott. Die brauchen wir später für ein zweites Blatt. Ja. Ach, das kann man jetzt selber... Ach so, okay. Also müssen wir bauen. Nee, 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 nee. Das ist schon stehen lassen. Aber ich habe mir jetzt einen Armbrust gekraftet, ne? Ja, nice. Ich bin up close. Personal, ja. Zack, zack. So, was wir brauchen. Können wir noch irgendwas einlagern. Aber ein zweites Ding konnten wir jetzt noch nicht bauen. Zweite Truhe? Ne, da? Da füllte uns das Holz jetzt, ne? Holzbohle. Weil ich bin immer noch ziemlich voll, ey. Da, 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 da. Wo ist die Tor? Kann ich jetzt hier irgendwelche Sachen einfach liegen lassen auf dem Boden? Ja, bestimmt, ne? Ja. Okay. Dann... Naja, wir bauen zwei... Äh, ne, wir können doch noch eins machen. Ja, mit... Du brauchst Holzbohle. Warte. Äh, warte, hier. Äh, da. Wie gerät das? Okay, aber ich bin ziemlich... Warte mal, kann ich eigentlich eine Fähigkeit einmal nachgucken? Stärke bin ich da. Sprinten bei zwei, werfen. Scharfer Nahkampf. Also, ich finde das geil. So, das System ist wirklich geil. Äh... Ah, fällt ne Kiste. Nice, oh nice. So, dann wollen wir das rein, das rein, das rein, das, das... Ne, das nicht. Das, das, das. Alles klar. Alles eingelagert. Ja, nice. Okay. Obwohl, provisorisches Messer. Warte mal, können wir das nochmal herstellen? Weil mein Messer ist gleich kaputt. provisorischer Schraubenzieher brauche ich nicht. Hier, Klinge. Mit Stifte. Haben wir aber keinen. Doch, ich habe noch welche gesammelt, glaube ich. Oh, nice. Ne, warte mal, wo sind die Stifte? Ich habe doch zweimal gerade Stifte, oder habe ich die gerade für irgendwas verwendet? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Hast du dann gekraftet? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Können wir es einfach gucken. Also, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Stifte habe. Okay. Lass loslegen. Hier. Zu Not muss ich mit dem Hammer. Also, automatisch Pfeil, oder? Ne, die muss ich craften. Jetzt habe ich 16 Bolzen oder so. Warte mal, ich bringe einmal die Sachen aber kurz zur, 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 äh, zur Base. Bist du schon vor? Ich bin in der Lobby. Ja. Ach, hier ist so ein E-Mail-Themmel. Warte mal. Warte mal. So, diese verfluchte Einrichtung. Die Steckdosen haben Timer. Ich habe an Massedämpfern gearbeitet und dann schaltet sich der Ort einfach ab. Die Dinger müssen sich stundenlang aufwärmen, weißt du? Jetzt muss ich von vorne anfangen. Achte einfach auf deine Armadur. Fange keine Aufgabe an, die du nicht abgeschlossen kriegst, bevor die Einrichtung den Strom abschaltet. Warum arbeitest du überhaupt mitternachts? Ruh dich aus. Wir können uns keine Fehler erlauben. Okay. Wie kann ich eigentlich dieses angeheftete Rezept irgendwie... Rezepte abheften. Alle Rezepte abheften. Alles klar. So, wo sollen wir jetzt lang gehen? Nach oben mal? Ähm, nee, nach oben gucken wir dir. Weiß noch. Hier waren wir ja drin, ne? Oh, da sind wieder die Monster. Okay. Oh. What? Okay, Stifte habe ich. Papier. So, ich gucke einmal E-Mail nach. Wenn Sie weiter in dieser Abteilung arbeiten wollen, lassen Sie es sein, am. Die Sonne JPEG. Ich habe Hydrochloric Acid. Ich glaube, da habe ich vorhin auch schon mal diese Säure mitgenommen. Ah, nice. Hier ist auch noch mal zu trinken. Ah, muss er aussehen. Wart nicht. Okay, da ist ein Gabelstatel. Okay. Die Kiste ist wirklich für da, ne? Ich habe zwei Holzbohle, habe ich auch noch mal. Ja, Papier und Acht. Na, Acht. Acht. Ach so, Holz. Au. Au. Ach, der Strom. Okay. Geht das irgendwo rein hier? Ja, hier brauche ich nur die Sicherheitsstufe 1. Warte mal. Ey, da ist, hier ist Küche, ne? Wie kommen wir da rein? Ja, warte. Die Benche kann man kaputt machen. Oh. Stone. Ich habe hier jemanden entdeckt, der ja ein bisschen Schiss hat anscheinend. Oh, und Locher, Stifte, alles Rucksack. Oh, mein Inventar ist voll. Warte mal kurz, was lasse ich denn fallen? Oh. Lass ich erstmal das fallen. So. Ich habe auch fast keinen Platz mehr. Ein einfacher Rucksack, kann ich den ausrüsten? Yo, ich habe ein bisschen Platz mehr. Ach, die Asset kann ich mitnehmen? Oh, was hast du zu sagen? Ich dachte, sie kommen, um zu helfen. Aber sie waren nicht Gatekeeper. Sie haben angefangen. Sie haben angefangen. Ich war nicht trainiert für das. Ich bin nur ein Rezeptionist. Okay. Ich hörte, dass die Radio etwas über Level 3 gehört. Ich würde weg, wenn ich dich wäre. Okay, er sagt, wir sollen uns für Level 3, äh, also drei Feiern halten. Das, da bin ich mit deinem gestanden. Oh, Stone. Hier ist noch eine geilere Küche. Tomatensamen. Oh, hier. Sack Erde. Was? Wir können ja walkie-talkies machen. Ja, das Rezept habe ich auch. Nice. Okay, hier sind ganz viele Schränke alles. Leuchtstab und Suppenschüssel. Nein, ne. Lass das da. Ich will alles haben. Was da denn? Heizgerät, Hackinator, Hebel. Oh, oh. So, hier ist alles, alles ist da. Ich muss auch auf Klo. Ja, ich muss auch auf Klo. Dosen, Erbsen, neues Messer. Chantanee. Wo sind die Klos, ne? Warte, ich muss auch irgendwie was essen. Halsspritze. Ey, hier ist so viel Staff. Schlauch. Gartenplatz. Oh, das ist... Warte, ich bin ein bisschen lost, hier. Wo ist ein Ding? Aber da ist überhaupt... Ja, ich frage mich auch, wo ist jetzt hier ein Klo? Warte mal. Ah, da. Hast du ein Klo gefunden? Ja, ich find. Ich brauche was zu essen, glaube ich, oder? Stimmt. Was ist denn mit dem? Ist das malnourishment? Nein, das geht zum Klammwasser. Hast du was zu essen? Äh... Ne. Oh Gott. Ein Dingmaschine? Ja, ja, da müssen wir irgendwie hin anscheinend, ne? Salz! Komm, hier muss doch was essen sein, zu essen, essen, essen. Du musst doch... Irgendwo... Irgendwo... ... Du hast auch noch kein Klo gefunden, oder was? Nein. Ich bin immer noch auf der Schuhe. Entschuldigung. Okay, Ladestation. Ah, du kannst die Taschenlampe da aufladen. Bei so einer Ladestation. Ach, du Scheiße, du musst sie da liegen lassen. Die lädt voll langsam. Alter, hier ist das Swimmingpool. Oh, ich sehe Toilette. Ich sehe, glaube ich, Toilette hier hinten. Oh, Scheiße. Wo ist das hier hinten? Ja, genau da, da. Was ist das für ein Laser-Store? Äh, pass auf. Hier. Open. Nein, das kann nicht sein. Woa, 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 Kollege, Kollege. Ich wollte Kuckuck. Was ist das? Oh, hier. Oh, das ist ein Laser-Store? Oh, was ist das? Warte mal, was muss ich denn dann drücken? Ach, eh. Okay. Oh, ein Hammer. Ja, ich habe auch ein Hammer. Nice. Okay, aber ich brauche irgendwas zu essen. Die Öl kann ich nicht mitnehmen. Ja, ich kann die mitnehmen. Ja, ich kann die mitnehmen. Eine Porzellan-Tasse brauchen wir die Zeitschriften. So, ich habe es. Ach, du hast die Staschenlampe? Ja. Also, wir müssen jetzt irgendwie... Irgendwie zu so'n... mitnehmen. Okay, habe ich alles? ist gut money 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 ich bin hier auch ich brauche nur noch einen dollar verdammt ich bin immer noch ich bin immer noch ein bisschen verbessert er nimmt noch eins ja okay also jetzt glaube ich ziemlich viel hier ist auch irgendeine maschine aber das hat slushy maschine aber ich kann damit noch nichts machen kein slushy verstärkte schlauch erforderlich aber man kann hier immer kann hier den den herd aber nur mit verstärkten schlauch money 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 ich habe wieder ich sitze gerade da kann ich nicht mitnehmen oben habe ich noch nicht geguckt das ist ein tomate ja ich weiß kann ich nicht mitnehmen ich habe gerade chips gegessen also stifte das kann ich nicht mitnehmen komm ich nicht vorbei oh ich habe hier einen helm warte mal meter voll fallen lassen die testräucher komm her jawoll was macht er rüstung 2 haltbarkeit 15 gewicht 2 wo sind jetzt die testräucher oh gott man kann hier alles nachgucken wow 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 was ist passiert was ist passiert hey 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 was ist das ich muss heim ja irgendwie kam ein provisorischer bolz in dein bein das hatte ich schon auf hast du jetzt schon alle spinnen aufgemacht das hat sich plötzlich ein schuss gelöst hier ok also man kann ganz normal tauchen ich habe da irgendwo gerade eine heilungsspritze doch die habe ich konnte ich nicht mitnehmen ist doch wir müssen zurück es hat jetzt ganz keinen sinn hier eigentlich weiterzumachen wir kommen wird ja ich weiß es nicht doch ich will runter das noch gelber helm ich bin hier im lobby ja warte ich komme gleich auch dahin ich höre hierbei noch irgendwie ein komisches atmen ach da hinten sehe ich dich du hast da richtig spaß wa wo du hast da du bist dort Nice! Nice, nice! Was kriegen wir denn von dem? Irgendein Steak oder so. Okay. Hier ist der Gabelstabler, das heißt du bist wieder nach links, ne? Ja. Hier runter, glaube ich. Genau. Uh! Das hört sich aber nicht so geil an. Nein, das... Beine ist gebrochen. Wir haben irgendwo eine Schiene, ne? Äh, wir hatten hier eins. Ja, ich tu hier in die linke Kiste rein. Ja. Okay, lass mal gucken, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch... Ach ja, diesen... Ach, wir haben ja leider noch keine Winde gefunden, ne? Äh... Ein Schles, das ja... Was ich mir gehört habe, wenn ich Kleberland versteckt wurde. So... Was? Provisorische Beinschiene geht auch noch. Okay. Provisorischer Rucksack. Äh... Provisorischer Rucksack ist natürlich... Ja... Brauchen wir St... Stoffherz und Metallrohr, das kannst du dir gleich herstellen eigentlich. Ja. Sack Erde. Oh! Strom wird jetzt wieder abgestellt, ne? Ja. Oh, da können wir ja auch nicht craften, ne? Äh... Dann können wir nicht craften? Stimmt. Hat ja keinen Strom. Hat ja keinen Strom, ne? Äh... 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 Schockvoller... Walkie-talkie. Plattformwagen. Oh... Ach, geil. Das ist dann bestimmt was zum... Bestimmt, Plattformwagen, Metallhaufen, Metallrohr, damit wir Loot bestimmt zu unserer Base schleppen können. Ja. Ja, ja, ja. Hebel, Hekinator, Gartenplatz... Schlauch. Ach, ich hab da vorhin, äh, ganz viele Schläuche gesehen, die konnte ich glaube ich nicht mitnehmen, oder? Äh... Äh... Einen Schlauch haben wir glaube ich, ja. Wir brauchen noch... noch eine Kiste. Ah, jetzt können wir ja eh nichts herstellen, Shit. Eilspritze... Ja, was auch, wir sollten die Nacht dann vielleicht nutzen, äh, um dann auch, äh, zu regenerieren. Äh... Dann machen wir eh Ende mit Folge 2. Warte, dann muss ich noch das Bett überhaupt fertig machen. Holz und ein Couch. Heizgerät. Heizgerät. Ah. So, Heizgerät. Hebel. Hebel. Deswegen muss man an Batterie machen, ne? Was man das nachts... Herr, damit man nachts sauber zu produzieren kann, ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde das game gar nicht schlecht. Du hast hier super viele Möglichkeiten. Kannst wieder bauen. Batterie hat mir doch... Was ist das denn? Sack Erde, ach Gott. Super Schüssel. Ist das Suppenschüssel, dass du Essen unterwegs mitnehmen kannst? Ich weiß es nicht. Stromgehäuse. Okay. Was ist? Ein Team. So. Ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal schon mal Feierabend mit Folge 2. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und über ein Like, Abo und Kommentar würden wir uns wie immer freuen. Und so, ich bin auf jeden Fall schon wieder erholt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bei Abiotic Factor. Oh, da schläft er. Oh, für immer der falsche Taster. You're asleep. Ich sehe sogar deine Gesundheit irgendwie. Hast du denn das verkackt? Oh mein Gott. Warum die plötzlich das auch weh? Es macht Sinn, dass das einfach leer ist. Ich könnte dich aus dem Bett werfen. Oh mein Gott. Okay. Jetzt aber wie gesagt, wirklich. Ciao. Ich sag mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich sag mal. Untertitelung. BR 2018